Natürliches Trocknen ist nicht nur besser für Ihre Wäsche und die Umwelt, es spart auch Geld. Die Wäschespinne Lift-O-Matic Advance ist leicht zu bedienen. Dank des Easy-Lift-Systems kann sie stufenlos auf Ihre ideale Arbeitshöhe eingestellt werden und hat immer straff gespannte Leinen. Die unterste Position eignet sich ideal zum Lüften von Kissen und Bettwäsche. Die Trockenarme lassen sich auch im bestückten Zustand leicht drehen. Ein mühevolles Herumtragen Ihres Wäschekorbes ist daher nicht mehr nötig. Die Lift-O-Matic Advance verfügt über qualitativ hochwertige UV-beständige Wäscheleinen mit rutschfestem Profil. Sie ist wetterbeständig und besonders stabil. Die einzelnen Leinen lassen sich jederzeit einfach austauschen. Alle Trocknungsarme sind mit speziellen Ösen für Kleiderbügel ausgestattet. Ideal zum Trocknen empfindlicher Kleidung und mit ausreichend Platz für die gesamte Familienwäsche. In den meisten Fällen wird die Lift-O-Matic Advance entweder mit einem Metallbodenanker oder Betonhülse geliefert. So vermeiden Sie störende Hindernisse in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Beide sind auch separat erhältlich. Eine wetterbeständige Schutzhülle und wetterbeständiger Klammernbeutel werden mitgeliefert. Ein umfangreiches Sortiment und anderes nützliches Zubehör kann separat erworben werden.